Buffy schreibt, hallo ist die Gild jetzt berühmt? Cero, ich liebe dich! Ja, die Gild ist jetzt berühmt und berüchtigt, Buffy. Ist auf jeden Fall so. Und Cero schreibt... Pfff... Alrighty dann, damit herzlich willkommen zu W40 Shakes and Fidget Dungeon Tagebuch vom Demon Hunter. The Daily Diary Demon Hunter Dungeon Book, ja? Oder wie auch immer man das nennen will. Was ist passiert? Wir waren wieder im Livestream gewesen, es war sehr cool. Und ich habe gemerkt, dass da gar keine Musik lief im Livestream-Cover. Da hätte man mir auch mal sagen können. Normalerweise läuft da immer ein bisschen Mucke, Mucke, Mucke. Aber natürlich haben wir da einen Schuss gemacht, ja? Und die Waffe, mit der ich angefangen hatte zu spielen, mit der ich hier auch den Voodoo-Meister angreife, die hatte ich einen Tag nach dem ersten Tag geblättert und auch bekommen. Und sogar noch ein Epic mit Slot rausbekommen. Also der Start, der Start war echt super. Also da kann man, da kann man nicht sagen. Lief super smooth. 427 hat er nur übrig gehabt, war super. Ja und dann, nach dem Level-Up und ein bisschen hochskillen, dachte ich mir, komm, gehen wir mal auf den nächsten. Ja und die war auch guter Dünge. Ich meine, ich wollte eigentlich auch nur mal reingucken, was passiert. Und wie wir sehen, ja, hat sich der kräftliche Kremlin wirklich sehr kräftlich mir gegenüber verhalten, oder? Ja ne, da musste man tatsächlich noch ein bisschen hochskillen. Äh, 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 ein bisschen neu ausrüsten. Ich hatte ja nicht alles aktuell, ja. Und ich hab, glaub ich, sogar auch Steine geblättert, damit man hier ein bisschen, äh, mithalten konnte. Die Waffe ist noch die gleiche, die ich hatte halt schon mit Stufe 25, die war richtig over the top. Und hier war es auch wieder notwendig, dass der Demon Hunter sich revivet. Und das gehört zum Demon Hunter dazu. Ich glaube, ähm, der Demon Hunter, der muss sich ja ein, zweimal reviven. Ja, ein Kundschafter, der jetzt zwar den gleichen Schaden macht, ne, der weicht ja aber auch vier oder fünfmal aus. Und dann gewinnt er halt den Dungeon. Und der Demon Hunter gewinnt halt den Dungeon dann nur, wenn er sich revivet. Und die Frage ist halt, wie häufig, wie wahrscheinlich ist es, dass er sich wie oft revivet, ja. Ja, das will ich halt mit diesem Tagebuch so ein bisschen erläutern. Ähm, ja, war ein schönes Epic, leider kein Slot. Trotzdem, äh, ist natürlich der goldene Schwabbelkopf immer gerne gesehen, seitdem er kein Glücksitem mehr ist. So, und dann gab's ja auch den dritten Dungeon Key ab Stufe 30, ja. Wir hatten ein bisschen Alu dann hochgespielt. Ihr seht, die Werte sind gleich, die Waffe ist noch gleich. Und davon kann man immer ausgehen, dass die Dungeons dann halt auch ein bisschen einfacher sind. Aber die Kanarada hat mir schon einen guten Fight hier geliefert, ja. Und man sieht's halt hier auch, halt, die, die weichen aus, ja. Das ist das Problem. Geschickgegner sind problematisch, aber das war eigentlich sehr knapp. Hier dachte ich schon, ich muss mich reviven. Hab aber den letzten Hit noch überlebt. Und, äh, ja, ein bisschen Erfahrung gab's. Und halt so ein Tor so zum Verkaufen, keine große Sache. Aber dann wird es natürlich interessanter mit dem nächsten Dungeon, der da folgte. Und, äh, man kann von vermuten, dass es hier nicht ohne Revive funktioniert hat. Wir werden's nochmal sehen. Das war ziemlich knapp wieder, 172 HP. Und der Revive war da, gleich ein Crit hinterher. Oder der Gegner auch gecritet, ich wieder gecritet. Und dann verheicht er plötzlich aus. Da dachte ich mir schon, ne, kann nicht sein. Aber Gott sei Dank ist er nicht permanent ausgewichen. Also einmal mit dem Revive und ein paar Crits war das auch noch ganz gut regelbar. Die Gegner werden ja nicht einfacher. Okay, der Steingangern ist als nächstes dran. Gut, das ist Stärke, das ist jetzt die Frage. Hab eine schöne Waffe aus dem Dungeon bekommen. Nice, Glückwunsch. Die gehen auf Festung 20. Nein, ich hab keinen Schlüssel geskippt. Den hatte ich schon, den Dungeon. Das war die nächste, das war das Abenteuer nach der, äh, nachdem ich den Dungeonschlüssel bekommen hatte. Aber noch nicht eingelöst. Oh, zweimal Revived. Jetzt aber Critten. Dreimal. Ja. Das, also ich muss sagen, dieser Überraschungseffekt, ja, ist ja mal extrem. Ja, wir haben natürlich dann auch weitere Alu spielen müssen. Skillen müssen, ein bisschen verbessern. Ein, zwei Steine holen. Hab natürlich keinen Geschickstein bekommen, aber Glücksteine auf jeden Fall. Und, ähm, hier wird's schon auf jeden Fall etwas kritischer, ja. Also den Fleisch-Golem, den sollte man ja eigentlich im besten Falle sogar noch am ersten Tag schaffen können. Aber, äh, das war halt für mich jetzt nicht notwendig. Gut, äh, möglich und hier muss man sich halt auch reviven. Und ich dachte, ich muss mich zweimal reviven. Hab aber so viel Kritz gemacht, dass es doch beim ersten Revive, oder dass das erste Revive ausgereicht hat. Und so ist die Range. Ja, beim Steingiganten hab ich den Versuch nur mit, was weiß ich, wie oft ich mich revivet habe da, ja, äh, geschafft. Und hier ist es wieder ein bisschen anders. Also das ist extrem schwierig auch einzuschätzen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das mit einem Revive klappt. Ja, und da ich schon über 40 war, dachte ich mir, komm, probieren wir mal noch den nächsten. Ähm, auch hier ist die Waffe immer noch die gleiche. Ich hab die ganze Zeit eigentlich nur die Waffe gehabt, weil ich halt keinen Geschickstein plättern konnte. Und bei den wenigen Waffen, die ich geplätert hab, war der Durchschnittsschaden gar nicht besser gewesen als hier. Und, ähm, klar, dass wir uns reviven mussten. Das war abzusehen. Ja, aber das ist dann so. Du denkst, der fällt jetzt. Und dann weicht der Gegner plötzlich wieder aus hier, der Kundschafter. Und du denkst dir, nein, nicht ausweichen. Nicht. Aber da kommt der zweite Revive. Und der weicht wieder aus. Und dann hat's aber gereicht, weil der Schaden, der stackt sich ja Gott sei Dank. Also auch der Schaden, den der Demon Hunter kriegt, stackt sich. Aber, ähm, dann ist es wichtiger. Äh, also deshalb denke ich auch, ich bin ja sehr hier auf Geschick getrimmt, dass es wichtiger ist, dass der Demon Hunter Schaden macht, als dass er Ausdauer macht. Und so bin ich also quasi mit einer Waffe für die ganzen Dungeons durchgegangen. Und wir haben uns schon dreimal revived. Also, das ist ein extrem geiles Fazit, würde ich sagen. Für diesen Part auf jeden Fall. Ist der Abo-Button weiß, dann wäre es echt voll nice, jetzt noch die Glocke aktivieren. So wirst du Rizzle nicht aus der Augen verlieren. Wir schaffen es sicher noch dieses Jahr 100% bis zu den 5K. Wow, Baffi, danke für diesen Spruch. Damit sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Lasst ihr einen Like da. Grüße gehen raus an die Gilde auf jeden Fall. Im nächsten Part gerne wieder Nachrichten schreiben, wenn ihr mit dabei sein wollt im Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Haut rein, macht euch tschüss und servus. Euer Basti und 5K werden wir nicht schaffen. Also, 2.222 Abonnenten wäre für mich ein Grund, mal ein Char-Bewertungsvideo für die Leute, die ja drauf Bock haben zu erstellen. Mal gucken, ob wir das mal schaffen. Ja, gut passe ich mal schlippen. Vielen Dank.